Ja, Freunde, das waren sie, die Winterspiele. Schade, schade, schade. So schnell kann es gehen, wenn man Spaß hat. Ich hoffe, ihr hattet ihn auch. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Mal hier auf dem Commodore 64 und dann mal schauen, was es dann sein wird. Es gibt nämlich noch die Winter Edition-Spiele. Die werde ich euch natürlich auch noch präsentieren. Allerdings das zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt erst mal, macht es gut. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.